Wie kann denn jetzt Rohkost sich auf das Immunsystem auswirken und auf die Schuppenflechte? Und vielleicht kannst du uns auch so ein bisschen von deinen eigenen Erfahrungen da auch erzählen. Also das Immunsystem hat ja so den Hauptsitz, sage ich mal, im Darmbereich. Da sind die meisten lymphatischen Organe vorhanden. Nicht nur am Blinddarm, sondern eben halt überall. Ist ja ganz klar, weil da kommt die, und bei der Lunge, da kommt ja der Körper mit der Außenwelt dann in direkten Kontakt und Stoffaustausch. Wir essen etwas, kommt in den Darm und der Darm guckt, aha, okay, also das sind ja jetzt hier alles Fremdstoffe. Was darf davon rein und was sollte besser draußen bleiben? Im optimalen Fall sollte er das ganz gut hinbekommen. Aber das ist sehr dank unserer Ernährungsgewohnheit der letzten paar tausend Jahre, ja, also ein bisschen hat sich das ja verändert, was wir da zu uns nehmen. Deswegen kann der Körper sich da noch nicht so ganz drauf einstellen und weiß noch nicht, dass der Big Mac eben halt nicht so gut für uns ist. Und da kommen halt ein paar Sachen dann rein, die nicht rein sollten. So, das heißt, wenn wir Rohkost essen, stärken wir das Immunsystem auf der einen Seite. Aber, und da muss ich dann nochmal sehr domend die Ausbildung bei der Heilpraktikerin oder Ernährungsberaterin Petra Birr vorbringen. Sie hat nämlich gesagt, es gibt in der, wenn man als Kind, als Kleinkind, als Säugling, dann relativ schnell ja zur Kochkost übergeht oder wird einem ja sozusagen in den Mund gelegt, im Maße des Wortes, da rebelliert das Immunsystem erstmal dagegen und ist völlig intolerant erstmal gegen das gekochte Essen. Und aber irgendwann, und reagiert dann halt mit allen möglichen Symptomen, die man dann als Kleinkind dann hat, Durchfall und Hautprobleme und was auch immer. Dann sagt das Immunsystem aber dann an irgendeiner Stelle, ist mir egal, lass mich in Ruhe, ich arbeite jetzt sozusagen verdeckt weiter und entwickle dann eine Toleranz gegenüber diesen Sachen, wo es eigentlich vorschützen sollte. Also diese gekochten Geschichten. Und wenn wir jetzt wieder anfangen, die Rohkost zu uns zu nehmen, und zwar ausschließlich, also mit 100% Rohkost, dann kommt das Immunsystem an der Stelle wieder zurück und sagt, ich gehe jetzt aus meiner Toleranz wieder in die Intoleranz rein. Und dann kann es natürlich auch in dieser Umstellungsphase zu Reaktionen kommen, die wir so gar nicht kennen. Oder auch wenn wir dann wieder zurückgehen zur gekochten Kost nach einer Weile, merken wir dann natürlich auch einige heftige Reaktionen teilweise. Gerade wenn wir so, also bei mir war das mal so, wenn ich mal dann nach ein paar Jahren Rohkost dann wieder mal eine Pizza gegessen habe oder so, dann war ich dann komplett platt. Glaube ich. Also das Immunsystem wird einfach gestärkt dadurch, aber es muss dann irgendwie auch wieder ein bisschen neu lernen, mit den Dingen umzugehen. Und vor allen Dingen, weil ja dann eben auch viel wieder gelöst wird von den Altlasten, muss es damit ja auch in irgendeiner Weise umgehen. Also das ist so ein Prozess, der, ja, je nachdem in welchem Alter und in welchem Zustand wir das machen, diese Umstellung, der dann mehrere Monate bis mehrere Jahre gehen kann. Ja, und was die Schuppenflechte anbelangt, sie ist ja eine Autoimmunerkrankung und hat also sehr direkt mit Immunsystemen zu tun. Ligigat, also der löchrige Darm, das heißt durch Pedigamente, Alkohol und Ernährungsweise, wird der Darm einfach durchlässiger. Das heißt, es wird dann nicht mehr nur ganz selektiv aufgenommen, was der Körper wirklich braucht und was ihm gut tut, sondern es kommt eigentlich sehr viel mehr rein. Und das ist ja mit eine der Ursachen oder der Wegbereiter für eine solche Erkrankung wie die Schuppenflechte. Und wenn wir eben unsere Ernährung umstellen, gibt es eine Chance darauf, dass sich dieser Ligigat-Syndrom, dass das heilt. Ja, das ist nicht bei jedem so und niemand kann ein Heilversprechen da auch aussprechen und schon gar nicht in diesem Video. Aber auf jeden Fall kann man das da optimieren und gut unterstützen mit einer Ernährungsumstellung. Und ja, wobei halt so die Sachen, die man eigentlich überall hört, ja, also esst weniger oder am besten gar kein Fleisch, esst weniger, esst am besten gar keinen Zucker mehr. Also der Zucker, der ist so krass, das ist nicht nur so, dass man davon dick wird, das ist ja nur eine von ganz vielen Auswirkungen von Zuckerkonsum. Der hat eben halt auch entscheidenden Einfluss auf den Mineralstoffhaushalt. Er hat entscheidenden Einfluss auf die Zusammensetzung der Darmflora oder Mikrobiom, wie er es heute heißt. Und schwächt uns wirklich, wo es nur möglich ist. Und lasst bitte die Trockenfrüchte weg. Das ist also dann die Zähne. Naja, also die Zahngesundheit leidet extrem unter Zuckerkonsum. Das weiß ja eigentlich mittlerweile jedes Kind. Aber dadurch, dass Zucker nun mal, egal in welcher Form und wenn das Rohkostzucker ist, ja, das ist völlig egal. Das interessiert den Körper überhaupt nicht. Ob der Zucker erhitzt wurde oder nicht, der ändert sich dadurch nicht. Also das Karamellbonbon ist ähnlich schlimm wie eine Dattel, die wir essen. Ja, und wir haben ja auch ein eigenes Video zum Thema Zucker. Und da haben wir auch festgestellt, wenn halt die Ernährung nicht natürlich ist, also im Supermarkt wird man auch nicht gerade geholfen, wenn es ums Thema Zucker geht. Also da ist ja wirklich ein Fertigprodukt. Zucker ist ja ähnlich süchtig machend wie Heroin oder gleich oder so. Das heißt, es ist super schwierig, davon wegzukommen. Also ich empfehle meinen Zuhörern immer, von dem Zucker wegzukommen, weil ich habe dieselbe Erfahrung gemacht. Also ich bin absolut zuckersüchtig. Und wenn ich wieder in, also wenn ich Rohkost mache, dann bin ich jetzt schon mittlerweile da weg vom Zucker. Aber wenn ich mich wieder mit gekochter Ernährung ernähre, schlechter Satz, dann, ich liebe Süßigkeiten. Und wenn es dann soweit ist, dann bin ich ganz schnell beim Bäcker, beim Eisdiele und in der Schokoladenfabrik. Also das ist ganz, ganz schlimm. Das geht so schnell, geht es wieder zurück. So, aber wie komme ich davon weg? Also Zucker verzichten, bei mir funktioniert das überhaupt nicht. Ich kann nicht sagen, ich verzichte jetzt einfach auf Zucker. Kann ich sagen. Das hält dann meistens bis zum Abend an. Und dann, naja komm, einer geht noch. Aber wenn ich viel Grünzeugs esse, besonders Wildkräuter, ja, viele von euch da draußen kennen vielleicht nicht viele Wildkräuter, aber ihr kennt Löwenzahn und Brennnessel zum Beispiel. Das kennt jeder. Und Brennnessel ist super leicht zu identifizieren. Haltet einfach die Hand dran. Wenn es brennt, ist es die richtige. Da gibt es nichts zu verwechseln. So, wenn es nicht brennt, ist es vielleicht die Taubnnessel oder irgendwas anderes. Aber probiert es aus. So, Löwenzahn ist eigentlich auch relativ klar, falls ihr euch, und das kann man ja jeden Tag schon mal dann essen. Wenn man sich nicht gut auskennt mit Wildkräutern, kann man zumindest mit den Sachen, die man kennt, mal anfangen. Oder Blätter von Lindenbäumen. Ja, sogar die kleinen Knospen, Blätterknospen, die schon um die Wittersonnenwende herum schon auftreten bei den Bäumen, die man essen kann, also bei den Baumblättern, die kann man essen. Also so. Und ansonsten geht halt so Wildkräuter-Experten und Expertinnen. Dr. Christine Vollm ist da meine Lieblingsempfehlung. Die ist da im Stuttgarter Raum, Schwarzwaldraum. Und lasst euch da irgendwie was beibringen. Weil es ist kostenlos. Es sind wirklich die heimischen Superfoods per se. Die müsst ihr nicht teuer mit dem Flugzeug hier herkarren lassen. Und die haben auch keinen, also die sind halt auch nicht, also diese haben ja keinen Zucker, die machen nicht süchtig. Aber sie liefern enorm viel Eiweiß, enorm viel Mineralien und natürlich auch ältliche Vitamine und sekundäre Verhandlungsstoffe und so weiter. Also esst viel Grün, richtig viel Grün, jeden Tag, ohne Kompromisse. Und das hat mir immer dabei geholfen, komplett auf Zucker zu verzichten.